ja ja tut mir leid, dass hier nicht viel sage, aber was soll man schon groß sagen? naja, so viel gibt's halt nicht so sagen, ne? ja darf ich hier auch rein? darf ich? okay, danke darf ich anscheinend rein? mit dem Arbeiterkostüm Arbeiteranzug, tut mir leid okay wenn wir ein Schloss knacken müssen, müssen wir aufpassen oh je okay hier darf ich nicht mehr sein das weiß man natürlich auch natürlich, das weiß man klar leck mich doch kurz sagen, was ich machen wollte ich wollte doch auf eine andere Art und wollte es versuchen und jetzt warten bis er kommt oder so so und ihn dann irgendwie abfangen wenn es funktioniert also bis gleich wenn Wisser kommt ich auf der Karte und dann sag ich heute Bescheid, wenn er kommt die beiden kommen das Problem ist die beiden kommen wie ich schon gesagt die beiden ist ungut es soll bitte nur einer kommen ich nehme schon mal die was ist denn das? Feder? nein der Tisch ist angemalt ich speichere ein, weil ich hab keinen Bock das nochmal so und dann werden wir die wieder beim rummachen was ist das denn für eine fette Kuh? ikit 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 was ist denn das hier? ah, noch ein Ding ach, das Wein ja, ergibt Sinn ok, Karte was machen die denn da? what are I doing? I don't know but I'd like to know well oh OK jetzt rege ich schon wieder Englisch ja, Englisch ist ne tolle Sprache ich weiß aber so addend so toll dass man das dann stunden redet der Mut immer wieder Verdammt zum Glück hab ich ihn safe gemacht sonst wär ich jetzt gearscht was dann macht er noch nicht Ob der was sieht? komm schon leck mich gibt ja hat er was soll das ich verstehe es nicht noch mal versuch nummer drei und geht doch wenn die sind doch jetzt die sind jetzt da das sind zeugen die müsste ich ausschalten schlecht ich möchte die wache aber erstmal da reinkippen und dann weitergucken ansonsten muss ich halt wieder lagen über die länder werfen ja sind ausgeländen in der tat ein super geländer jetzt läuft die weg verdammt jetzt kommt der egal okay versuchen wir es anders hallo ferdinand nein wie heißt er der geht ja jetzt ehrenamt schreibt ich dann mach ich mal ich muss ich mal gucken was ich dann mach hier kann ich rein ne ja das dojo ist blöd wache geht weg ferdinand du bist sehr blöd das ging schnell habe ich jetzt irgendwie bonus gekriegt weil ich die ganze zeit drauf gehämmert auf habe auf die taste oder ging es einfach so jetzt oder so keine ahnung egal rein mit der klappe schließen klappe zu auf wird tot ich stecke mal eine klappe wir sind ein bisschen weg so vor nein ich speichere erst wenn ich draußen bin nochmal mache ich so einen scheiß nicht ich speichere erst wenn ich draußen bin m safe okay dann weiter geht's so hier darf ich stehen ich darf da nur nicht rein so hier war irgendwo ein rohr wo man hochklettern konnte nur wo da 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 ist da oben eine Wache oder so hier hier solltet doch mal eine Wache sein ne 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 okay hier ist keine Wache doch hier ist keine Wache ich dachte immer da wäre eine Wache egal so wo sind wir sind jetzt da wo wir nichts sein dürfen und der Typ ist nicht hier das ist super hallo ah da ist er ah er kommt jetzt da ist er ja ok geht natürlich auch ne okay mein Freund verdammt okay stirb okay da ist wieder lange animation kurz 2 das war nicht meinte Kinder ja nicht hier competing dr ich das 8 die kurzlaufbahn keine auch so nur Lark doof bin du doof die kennen mich nicht die wissen nicht dass ich hier bin das ist gut hey geh doch raus danke okay hier runter und jetzt können wir da runter oder aber auf jeden Fall muss die Leiche da weg das geht nicht die kann nicht da bleiben kurzlauf ja das wird viel kann trotz aller steck ich mal ein oh Moment wir müssen auch noch unseren unsere Waffe holen ja genau fall einfach runter fliegt die da da liegt sie auch scheiße Moment mal wenn sie jetzt noch ganz unten fällt dann bemerken die Wache liegt sie bleibt aber da hängen ist gut mal gucken ob sie da immer noch ist und dann zurück sind mit unserem Anzug ich hoffe die Wache da ist tot natürlich ist sie tot die man strangulieren ist immer tot also erwürgen dann die Artenwege versperrt öffnen die sich schließlich irgendwann wieder wenn man keine Luft mehr kriegt und man tot ist wo liegt der Typ jetzt wie geht der jetzt verkehrt wahrscheinlich irgendwo da oben ich hoffe der stört er nicht die Wache Arbeiter tut mir leid versprochen oder so okay und bevor wir in der Scheiße passiert jetzt speichere ich Moment er ist der richtige ich sitze jetzt schon oh mein Gott 45 Minuten an der Mission oh mein Gott sogar mehr nein nein nicht umdrehen nicht umdrehen gut bei okay stranguliere Wertzeug und die dann zurück zurück dann